Hallo, ich bin Julia Boos und ich bin Biotechnologin an der ETH Zürich. Gemeinsam mit meinem Kollegen entwickle ich Zellkulturchips, auf denen wir Organe und Vorgänge im menschlichen Körper in kleinstem Maßstab und so genau wie möglich nachbauen wollen. Nachdem wir unsere Zellkulturchips selbst hergestellt haben, kultivieren wir darin menschliche Zellen der Lunge und der Blase, welche in Aufbau und Funktion dem echten Organ sehr ähneln. Mit Hilfe eines Pumpensystems können wir die Kulturumgebung der Mini-Organe sehr präzise verändern und kontrollieren und gleichzeitig das Verhalten der Zellen unter dem Mikroskop beobachten. Unser Zellkulturchip soll insbesondere bei der Erforschung und Entwicklung neuer Antibiotika zum Einsatz kommen. Dafür lösen wir eine bakterielle Infektion in unseren Mini-Organen aus und können dann deren Reaktion auf antimikrobielle Substanzen untersuchen. Was meine Arbeit so spannend macht, ist die Kombination aus technischen Herausforderungen einerseits und biologischen Fragestellungen andererseits. Dadurch erwartet mich jeden Tag etwas Neues, was meine Arbeit sehr abwechslungsreich macht. Let's go!